ja herzlich willkommen zu einem neuen versuch mit pd2 ja wir mussten jetzt wieder beta wir mussten jetzt schon mehrfach neu anfangen weil bei jedem update wird alles gelöscht ich war schon level 25 ich war schon mal level 10 ja wir haben deswegen auch unterschiedliche charaktere ich habe jetzt mal den mastermind genommen wir hatten ja bei den ersten folgen erklärt was es da so für für fähigkeiten oder fertigkeiten typen gibt henry du bist techniker techniker ja und und da steht noch einer in der mitte sag mal was dazu henry ja ich weiß auch nicht wer das ist also die 30 ist das das alte henry denn werde ich erzählen ich werde wieder 10 ihr seid so gemein erzählt henry ja also das ist der meier der unglaubliche alk der schädelkopf der schien ist das move mr schmoov ja also das ist das move wie wir jetzt gut online den habe ich als payday 2 noch nicht zurückgesetzt wurde einmal online kennengelernt und seitdem wir mochten uns das erste mal schon als wir uns kennenlernen lieber auf dem ersten blick ja auch wenn wir uns noch nie gesehen haben ja zum glück aber die stimme der henry ja henry fährt total also die schlaftabette fährt total auf stimmen ab ob sympathische stimmen gott das ist die reine wahrheit ja ja jetzt geht was los glaube ich ja da steht laden die sollen was bewachen ich bin jetzt nicht der horse deswegen kann ich hier die sachen nicht kaufen ich wollte noch was erklären henry na egal schwierig jetzt ist vorbei jetzt kann ich ja nicht mehr erklären ein schönes kaltes schwein kann man da reinkriechen ja ich will die tasche greifen aber er legt dann immer nieder ja weil du immer gehen drückst ich drück f naja meine ich bin hinterm auto wenn mich jemand sucht ja da liegen jetzt drei min also unsere rom sind gut abgedichtet ja auf jeden fall also ich habe hier so ein okular deswegen sieht das so komisch aus okular ja so ein gegner vergrößerer gegner vergrößerer was soll das denn mit der eine lupe genau mussten wir nicht da oben hin ja die tasche schmeißt ich so da sind aber noch welche drin ich bin falsch gelaufen wie meine aus der puste ist das munition da kommen wieder welche aus dem lauf geschossen unternehmen natürlich sind alle taschen oben nein wie viele liegen da noch drei zwei passt ja eine au au keine knackt das schloss dann mache ich nicht klick hier die sanitasche hin oder so soll ich ich mache einfach ein raum weiter würde zu spät da waren scharfschütze auf dem dach sind welche auf dem dach waren welche wir haben da was für euch zurückgelassen oh die wollen hier rein oh hier kommt wieder so eine weishelle mieter ohne ein moped fahrer oder so die können ganz schön was ab ja da kann man mal wieder sehen wie wichtig der helm beim moped fahren ist der schützt vor kugeln ja oh ihr wart ja schon fleißig ist das auto schon da nein wenn wir pech haben fährt das ja woanders hin das finde ich so gut oh die kommen durchs fenster ich frage mich was die polizisten im funk überall durchgehen müssen ich meine die müssen sich doch fragen was sind das für kerle die die schießhütige da würde ich ja hier die best 2 selbstmordattentäter reinschicken irgendwelche obdachlosen mit waffen ausstatten nein da oben zwei taliban oh ja ich sehe gerade wir müssen ganz woanders hin mit den taschen ne ja warte ich brauche achso ich brauche mal muni achso ja na ich habe eine shopping-runde draußen gemacht schnell haaa dann würde ich sagen jetzt hier eine tasche ruf und dann vorsichtig hoch damit und schon mal oben hinschmeißen nicht auf die brücke werfen ne nicht auf die brücke erst hier vorne hinschmeißen und dann alle runter oh da war einer da war einer der ist aber runter gesprungen ihr müsst mir sagen wie wo ne da genau da schmeiß ich auf meine Hände warum nicht auf die brücke ach die geht kaputt oder was nein nein da ist man ungedeckt das nervt mich dabei wenn die von unten auf uns schießen die schweigen so ungefähr hier kommen welche oh verdammt ich hab ne tasche vergessen losgelaufen ohne Tasche oder wie ja passiert mir öfters ich versorge mich nochmal bevor wir das hier niemals wenn wir hier nicht wieder kommen so eine tasche nur noch hier kommen kannst schon einer die tasche rüber bringen oder was ich hole die tasche ey das ist meine tasche gehst du da weg oh man er kommt mit auf der brücke auf einmal nicht mehr sprinten um wir haben noch drei mehr neun mehr oho so ich hab die letzte tasche oh Polizisten kommen mir geht gegen ganz viele ganz viele ganz viele gut hast du gut gemacht oh schnell hoch die kommt die treppe hoch was passiert ist da das auto tatsächlich das soll ich treffen ja ein bisschen kannst ruhig daneben gehen ja ja passt auf da kam welche die treppe hoch ja jetzt sind sie da weiß hellmige der old man ohne wolf ja wolf hat mich verraten die wolf ist da ja du spielst nicht wolf die ganze zeit schon nicht ich hab die letzte tasche jetzt hast ja verraten dass wir schon vorgespielt haben da hier liegt munny das ist gut wo die tasche ich glaube die rückdeckung war noch eine tasche da waren ja noch zwei eine hatte ich nämlich auch jetzt einfach da hinten warten nicht zu weit vorhin genau von wolf raus nicht alle erschießen der kann nicht hören ne hör auf zu sehen das hat doch sowieso schon jeder gehört ein weißer noch ein weißes ganz friedel hallo ein wir sind da jetzt gekommen wie das verdammt ich jetzt nicht zu aber das spiel ist ja sowieso erst ab 18 da kommt so ein rot markierter vorsicht ich hab grad wahrscheinlich irgendwie 14 schuss dann kommt noch ein schild noch einer vorsicht noch ich weiß nicht ob das noch ein schild ist ja ja viele schilder können wir nicht ja ich will mir die schilder oh jetzt habe ich dir in den arsch geschossen hat das weh henry nicht wirklich war recht angenehm alles ab ja wissen doch alle von was für ein unfaire kommt er trainiert immer mit dem regenschirm er steckt sich den rein und entspannt er ihn auf jetzt erzählst du aber von einem privaten erlebnis nicht dass das folgen wird ich hab das selbst gesehen wie du das getan hast ja also bitte na da war doch noch einer naja feige verdrücken hier was ist jetzt das ist so ruhig das gefällt mir nicht was macht ihr denn da beide kann ich mitmachen da kriegst auch einen kriegst auch einen kriegst auch einen kriegst einen hallo wohn das ist eine goldene maske hallo wohn guck mich mal was macht der denn da machst du gerade in die hose henry äh das sieht eklig aus ja das ist eine goldene maske oh da kommt ein ist der mit schild gegen die speziale ne das ist ein taser aha kann doch sein dass ich mich irre nö könnte gut möglich sein könnten wir nicht theoretisch uns hier irgendwie unterseilen und dann ja war ein taser mit dem auto weiterfahren eigentlich schlau ne ja wie lange braucht der hubschrauber noch hoffentlich kommt der da vorne ich war der taser kegel oh wo kam das denn her ach da sitzt einer dahinter der will da oben rüber guck mal jetzt hängt der da jetzt kommt wieder einer ich lade nach pass auf henry großen leerling wir müssen uns vorkämpfen hat jeder volle muni ja warte nein die liegt noch hol dir so ich hab ich auch oh und kommst mit dem roten klar lauf lauf henry lauf beantworte meine frage ne was hätte ich denn sagen sollen ja wir sind doch gerade beschäftigt siehst du das nicht ja meine frage ist doch noch eine äußerste Priorität ach quatsch oh ich brauche einen mediken das mediken ist nicht da im raum drin nein das ist weg oh scheiße die sind ja noch zwei lauf rein lauf rein lauf rein lauf rein lauf rein lauf rein gut lauf einfach hinter meyer ich kann mal ein bisschen gedruckt halten das geht schon alles oh ich glaub wir gucken ob wir Pech oder Glück haben Pech oh ich lieg lang könnt ihr mir mal schnell helfen ja achso du wolltest das hebst du ihn hoch nein ich lieg auch dir wird aber geholfen ja ich mach hier grad noch ich glaub ich lieg auch ja weißt du was mir mal aufgehe ich hab meine trollmaske nicht mehr ne ja und ich hab meine schöne smooth nicht jetzt kannst du dich leider nicht mehr über meine lange Masen ja ne die hab ich jetzt verballert ich hab mir ja vorne noch neue geholt schnell runter äh hast du die Kreissäge? ne hab ich nicht wir müssen uns jetzt hier so lang arbeiten irgendwie oh die Macke ist auch alle ich würd sagen durchrennen oder nicht keine ahnung mich rennen ist glaub ich nicht so schlau ja ich hab's geschafft oder anscheinend doch zickzacklinie laufen wie so ein Hase hierfür wollte ich mal die Kreissäge mitnehmen hier ist irgendwas noch hinter ich weiß aber nicht was wo müssen wir jetzt hin ich glaube das ist nur ne Abkürzung oder? oh wir sind richtig gewesen meinste? äh das kann sein das Gegenüber war noch ne Tür achso wir sind ja fertig mit der ersten Teil ja ja ich hab jetzt gar nicht gestoppt Henry hast du ihn gefördert? ähm nein hab ich auch nicht aber wir können jetzt auch aufhören ne? ja wollen wir es geht noch weiter na ja wir können wir können doch ne neue Aufnahme machen ja meine Gott ja denn bis zur nächsten Aufnahme Freunde tschüss tschüss tschüss